Der Max für euch von Musikmachen.de, hier auf der Musikmesse 2014. Wir stehen bei Gretsch, neben mir der John. Und was ist das für ein tolles Schlagzeug hier vor mir? Danke Max! Okay, ein neues Klassiker für Gretsch. Das ist eine limited Edition, die jetzt in Deutschland gibt. Und es ist ein wirklich cooles Finish. Es ist eine kurze Mapleschelle mit schwarzen Lackern. So, es ist wirklich ein Typical New Classic Specs, aber mit einem Curly-Finish in Black. Und dann in der Inside, wir haben nicht ein Silber-Sealer, aber einfach die Schellen natürliche. Wir wollten sie einfach ein bisschen Sonnig-Charakteristik. Und wir also wollten die Interior-Shell zu haben ein bisschen mehr der Vibe das die Exterior-Shell hat. So, New Classic, new für Gretsch. Check es aus! Danke!